Sie heißen Dorel Schmid, geboren am 13. April 1949 in Bergisch Gladbach. Sie wohnen jetzt in Brühl, Sie sind verwitwet, Versörmeisterin, Sie sind ja auch Inhaberin eines Versiersalons und seit dem 6.02.2012 in Untersuchungshaft in der JVA Köln-Ossendorf. Um eine Ehe zwischen ihrem Sohn und Nadja Petroffer zu verhindern, schlich die Angeklagte am 5. Februar 2012 um 19.10 Uhr der jungen Frau hinterher, als diese in den Keller des gemeinsam bewohnten Hauses in Brühl ging. Als Nadja Petroffer sich dort über die offene Kühltruhe beugte, schlang die Angeklagte ein Elektrokabel von hinten um Nadja Petroffas Hals und zog zu. Bei dem Versuch, sich zu wehren, prallte Nadja Petroffer mit der Stirn so hart gegen die Wand der Kühltruhe, dass sie sich eine Platzwunde sowie ein Schädel-Hirn-Trauma ersten Grades zuzog und bewusstlos zu Boden stürzte. Die Angeklagte glaubte, die junge Frau sei tot und schleifte sie über die Kellertreppe in ihren Wagen. Hierbei erlitt Nadja Petroffer drei Prellungen am Hinterkopf und ein Schädel-Hirn-Trauma zweiten Grades. Dann brachte die Angeklagte die vermeintliche Leiche in den nahegelegenen Wald. Von dort konnte sich Nadja Petroffer zu einer Landstraße schleppen, wo man sie fand und ins Krankenhaus brachte. Hinsichtlich der fahrlässigen Körperverletzung beharrt die Staatsanwaltschaft das öffentliche Interesse an der Strafverfolgung. Die Angeklagte wird somit des versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung und der fahrlässigen Körperverletzung beschuldigt. Strafvergängnis Paragrafen 211. Frau Schmid, soweit die Anklage. Wollen Sie sich dazu äußern? Ja, und ob ich was dazu sagen möchte? Nichts, was dieser Mann da vorgelesen hat, habe ich gemacht. Ich könnte mich heute noch in den Hintern beißen, dass ich diese beiden Damen zu mir nach Hause eingeladen habe. Und ich, dumme Kuh, ich lasse die noch zwei Wochen bei mir wohnen. Also mit Damen meinen Sie die Nadja Petroffer und die Yvonne Küfer? Ja, wie kam es denn dazu, dass da zwei fremde Damen bei Ihnen zwei Wochen gewohnt haben? Na, weil ich denen beweisen wollte, dass ich die nicht brauche. Wem wollten Sie beweisen, dass Sie wenig brauchen? Na, die Moderatoren aus dem Fernsehen, die, die immer die Singles verkuppeln. Ich habe bestimmt ein Dutzend Mal an die Redaktionen geschrieben, damit die meinen Fred vermitteln. Aber die haben es einfach nicht gemacht. Ich habe nur Absagen gekriegt. Wahrscheinlich war der denen nicht gut genug. Dabei ist mein Fred so ein richtiges, schönes Kerlchen. Sie brauchen gar nicht so zu grinsen. Ich habe nicht gegrinst. Ach, nicht gegrinst. Mein Fred, der hat magische Hände. Wenn der den Damen im Salon eine Kopfmassage macht, wissen Sie, dann schnurren die wie die Kätzchen. Aber bis heute war wahrscheinlich noch nicht die Richtige dabei. Na ja, aber man gibt doch nicht so schnell auf. Aber Sie kommen mir nicht vor wie eine Frau, die schnell aufgibt, oder? Richtig. Frau Schmid. Richtig. Richtig. Was die im Fernsehen können, das kann ich schon lange. Ich habe eine Annonce aufgegeben im Brüller-Morgenecho. 30 Frauen haben sich da gemeldet. Und Sie haben aus diesen 30 dann die Yvonne Küfer und die Nadia Pettova ausgewählt, oder? Leider. Und mein Jürgen, Gott hab ihn selig, der würde sich heute noch im Grab umdrehen, wenn der mitgekriegt hätte, was bei uns zu Hause los war, nachdem die beiden bei uns eingezogen waren. War das nicht irgendwie mit Ihrem Händchen doch irgendwie absehbar? Ich meine, die beiden sind grundverschrieben, diese beiden Frauen. Da sagen Sie was. Die Nadia, die ist sowas von primitiv und gewöhnlich. Ich kann es Ihnen gar nicht sagen. Und bei der Yvonne dachte ich ja, vielleicht ist das doch die Richtige für meinen Fred. Aber die ist ja auch so eine Romantikerin. Fred, da bist du ja endlich. Wir haben uns jetzt drei Monate nicht gesehen. Ich hab dich so vermisst. Ich habe eine Überraschung für dich. Die Liebe hat mich voll erwischt. Du bist mein kleiner Kuschelbär. Vergessen kann ich dich nicht. Ich lieb dich einfach immer mehr. Weil Rosen, Tulpen, Nelken eben alle doch mal welken, wollte ich dich überraschen mit Grüßen und leg dir heute mein Herz zu Füßen. Mensch, Yvonne, hör doch auf mit dem Mist. Gefällt es dir denn nicht? Hör auf, mir ist so dämliche Gedichte zu schreiben. Aber ich dachte, du freust dich. Yvonne, kapier's endlich. Ich hab dir gesagt, dass es zwischen uns nix wird. Es geht einfach nicht. Aber warum denn nicht? Hey, Sohn hat sich nicht für die romantische Kuscheltier-Sammlerin entschieden, sondern für die sexy Russin Nadja, die er sogar heiraten wollte. Ach, Quatsch. Der ist doch nicht mit dem Klammerbeutel gepudert. Mein Fred hat sofort gewusst, dass das Lude ihn nur verarscht. Und von wegen. Sie hat ihren todkranken Ex-Mann bis zu seinem Ende gepflegt. Die war ja nicht mal verheiratet. Also, wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, haben Sie und Ihr Sohn geglaubt, dass die Nadja Petrova verwitwet gewesen sei? Ja, die hat uns eiskalt angelogen. Aber dann ist der Jurek aufgetaucht. Das ist der Ex-Freund von der Nadja am Samstag. Das war einen Tag, bevor die Nadja überfallen wurde. Und der hat uns dann die ganze Wahrheit erzählt. Die hat sogar sein Konto leergeräumt. Und dann ist sie einfach nach Brühl, weil sie vielleicht gedacht hat, dass sie sich bei meinem Fred ins gemachte Netz setzen kann. Ja, sind wir doch gleich beim Motiv. Sie waren der Überzeugung, aha, jetzt hat Nadja ihr wahres Gesicht gezeigt. Sie waren der Meinung, dass sie für ihren Sohn überhaupt keine Gefühle hegt, nur ganz andere Ideen hat, warum sie mit ihm zusammen sein möchte. Und vor einer Heirat mit ihr wollten sie ihren Sohn bewahren. Wir haben die doch zusammen rausgeschmissen, der Fred und ich, nachdem der Jurek aufgetaucht war. Moment mal, ich denke, bis zum Montagmorgen durfte es noch bleiben. Das war mit ihrem Sohn so abgesprochen, meines Wissens. Ja, aber nur, weil der ein gutes Herz hat. Ja, das glaube ich ihm nicht. Und die nicht wusste, wo sie gehen soll. Herz ist ein gutes Stichwort. Es war aber kein gutes und gutmütiges Herz, das war ein verliebtes Herz. Er war verliebt in Nadja, die sexy Russin. Das stimmt nicht. Das stimmt sehr wohl. Das war auch genau ihr Problem. Ich meine, Sie haben die Frau Jans ausgeholt mit ihrer Idee, es den TV-Moderatoren gleich machen zu können. Sie haben die Schulter angefühlt, als sie erfahren haben, mein Gott, jetzt wollen die beiden auch noch heiraten. Das wollten sie verhindern. Und sie wussten, mit warmen Worten werden sie bei der Russin Nadja nicht weiterkommen. Also mussten sie sie aus dem Weg schaffen, sie umbringen. Ich hab die nicht angerührt. Die Yvonne hat mit ihr gestritten. Deswegen bin ich ja am Abend noch raus auf die Terrasse um den Streit zu schlichten. Worüber haben die beiden denn gestritten? Ja, eigentlich nur über Zigarettenqualm. Aber im Grunde genommen, da haben die sich gehasst. Und wann soll der Streit gewesen sein? Ja, das war so abends, so kurz nach sieben. Ich bin nach dem Streit wieder in die Küche und hab Kuchen gebacken. Da können sie meinen Sohn fragen. Und anschließend war ich mit dem Hund Gassi. Dass bei uns irgendwas passiert war, das hab ich erst gemerkt, als die Polizei aufgetaucht ist. Das Problem ist nur, dass wir ihre Fingerabdrücke haben. Und zwar auf der Haube, dieser Föhnhaube, und auf dem Kabel, mit dem Nadja Petroffer gedrosselt wurde. Ihre Fingerabdrücke. Ja und? Es ist ja schließlich meine alte Föhnhaube. Ja, das mag ja sein. Das ist ja auch nicht alles, was wir haben. Wir haben auch die Aussage des Opfers, denn Sie haben die ja dann eingepackt. Sie haben sie eingepackt in diesen Teppich und haben sie zu einem Waldstück gefahren mit ihrem Wagen, weil sie dachten, sie sei tot, und da wollten sie sie entsorgen. Aber sie war nicht tot. Sie hat sie gesehen, sie hat ihre Gummistiefel erkannt und sie hat ihren Wagen erkannt, das Nummernschild. Mir ist vollkommen egal, was die erkannt hat. Ich war's trotzdem nicht. Und wenn Sie so dumm sind und glauben, ich sag hier noch irgendein Wort, nichts mehr. Wer ist dumm? Sie drehen mir ja doch nur jedes Wort im Mund um. Also wer ist denn dumm? Ich hab's nicht ganz verstanden. Ja, niemand ist dumm. Entschuldigung. Ich denke, meine Mandantin hat ohnehin jetzt schon genug gesagt. Zumal ich ja... Auch überflüssiges, ja. Zumal ich ja die Yvonne Küfer für die wahre Täterin halte. Sie wissen selbst, wir haben ja oft genug damit zu tun, dass Verbrechen, also schwere Straftaten, oft aus Liebe begangen werden. Und diese Yvonne Küfer hatte sich in diesen Fritschmied so sehr verliebt. Das war die Liebe ihres Lebens. Und als sie dann auch noch von diesem Heiratsantrag erfahren hat, von dieser Nadja Petrova, dann sind bei ihr die Sicherungen durchgebrannt, auf gut Deutsch. Jetzt sagten Sie gerade, Ihre Mandantin habe genug gesagt. Wie soll ich das verstehen? Sie wird jetzt erstmal nichts mehr sagen. Gut, dann nehmen Sie beim Herrn Verteidiger Platz. Nadja Petrova, bitte. Wir treten in die Beweisaufnahme. Guten Tag, das ist meine Freund Jure Karnowski. Kann er sich irgendwo hin und her hinsetzen? Na klar, er kann gerne in den Zuschauerraum sitzen, wenn er Platz findet. Sie kommen bitte nach vorn. Dein Ex, was macht denn der hier? Wir sind wieder zusammen. Also, Sie nehmen jetzt bitte einfach ihr Platz. Ich will ja nicht mehr. Dankeschön. Ich muss Sie dann belehren, dass Sie als Zeugen hier natürlich die Wahrheit sagen müssen, wer was Falsches sagt, macht sich strafbar. Sie heißen Nadja Petrova, Sie sind 34 Jahre alt. Wo wohnen Sie denn? Wieder bei meinem Freund in Bonn, bei Jurek. Sie sind aber russische Staatsangehörige, Sie sind ledig, Sie sind gelernte Kosmetikerin, zurzeit sind Sie auf Arbeitssuche. Genau. Verwandt, verschwägt mit der Angeklagten sind Sie nicht. Nun soll ja die Angeklagte am 5. Februar versucht haben, Sie mit dem Kabel einer Föhnhaube, und zwar dieser Föhnhaube hier, zu erdrosseln. Die war zwar wütend an diesem Tag, aber dass sie mich versucht umzubringen, das habe ich ja nicht gedacht. Wieso war die Angeklagte denn wütend? Also, das ging ja damit los, dass ich bin auf die Terrasse gegangen, ich wollte mir eine rauchen, ja, dann kam die Yvonne raus, hat angefangen, ja, von wegen Qualm, zieht ihr in die Fenster und so, ne. Ja, dann haben wir uns angefangen zu zicken. Dann kam die Doris raus und, ja, wollte uns schlichten, ne. Ja, von wegen Respekt muss man haben und solche Geschichten, das war mir einfach zu viel. Dann habe ich ja auch gesagt, dass Fred und ich, wir wollen ja bald heiraten, dass er hat mir einen Heiratsantrag gemacht. Mein Fred würde so eine wie dich nie heiraten. Von wegen, du hast ja Ahnung, ich kann es beweisen. Ich habe es hier, ha, gucken Sie mal, wie der junge Schaf auf mich war, ne. Ha, der hat mich ja sowas von sexy empfunden. Naja, deswegen will nicht jeder gleich heiraten. Wann hat er ihm denn den Heiratsantrag gemacht? Äh, am Sonntag, 15 Uhr war das. Also nur einen Tag, nachdem der Jorg Jarnowski, wohl bei der Pfarr Schmid aufgetaucht ist und dort klargemacht hat, dass sie gar nicht verwitwet sind. Okay, der war ja auch so ein bisschen wütend, sauer auf mich, ja. Aber dann haben wir uns ja zusammengesetzt, geredet und er sagte, ja, was war, das war und das, er steht zu mir trotzdem. Und, ja klar, natürlich, der hat sich auch mit dem Heiratsantrag beeilt, weil der hat ja Angst gehabt, ne, dass ich ja zu Jorg zurückgehe. Was hat das sich denn einfallen lassen bei dem Heiratsantrag, um Sie da zu überraschen und zu gewinnen? Wie jetzt? Naja, was weiß ich, da haben die meisten, lassen sich da richtig was einfallen. Vielleicht mit dem Strauß Rote Rosen? Quatsch. Rote Rose hat er mir nicht geschenkt, aber der hat ja für mich gesungen, ne. Wie war das, I love all with you oder so? Ach man, war das romantisch. Fred ums Singen? Niemals. Der hat sich schon in der Schule geweigert und hat dafür eine Fünf kassiert. Für mich hat er es getan. Nie. Ja und? Haben Sie den Antrag angenommen? Ähm, das war, kam für mich so überraschend. Und ich hab ja gesagt, ich muss ja erstmal überlegen und so, ne. Ja, aber dann, als ich im Krankenhaus war, dann hab ich gesagt, nein, so eine heirate ich nicht. Wenn seine Mutter versucht, mich umzubringen, was soll der Sohn danach mit mir machen? Wer wusste denn von dem Antrag? Es war keiner. Der Fred wollte das eigentlich seiner Mutter selber sagen. Aber dann ist mir das ja ausgerutscht. Jetzt haben Sie ja eingangs von dieser Auseinandersetzung da erzählt. Die war ja auf der Terrasse. Könnte da sonst noch jemand davon gehört haben? Ähm, wissen Sie, das Haus liegt ja so abgelegen. Die einzige Nachbarin, das ist, äh, Karin. Und, äh, aber am Dienstag hab ich sie ja nicht gesehen. Also ich finde das schon sehr merkwürdig. Denn sowohl der Fred Schmid, wir werden ihn nachher noch vernehmen, als auch meine Mandantin behaupten nämlich, dass es diesen Heiratsantrag nie gegeben hat. Klar, natürlich, weil der ist jetzt einversüchtig, dass ich mit Jurek wieder zusammen bin, ne? Und der will ja auch seine heißgeliebte Mutti ausreden, damit die kein Motiv hat. Wie hat denn die Angeklagte reagiert, als Sie ihr da am Abend von dem Heiratsantrag erzählt haben? Ha, die ist völlig ausgeflippt, ne? Die hat ja rumgeschrien. Ich hab überhaupt nichts gemacht. Ich bin nicht ausgeflippt. Oh doch, und wie? Und warum hast du gesagt, oh, das ist immer noch mein Haus und mein Sohn und ich entscheide, was ist hier passiert? Das hab ich nicht. Oh doch, und daraufhin, was hab ich dir gesagt? Wenn ich da reinziehe, nach einer Woche, dass ich mit dem Fred verheiratet bin, ziehst du freiwillig aus, dann packst du deinen Koffer. Ich mache dir so die Hölle heiß. Ja, und da haben Sie endgültig Angst bekommen, Frau Schmid, oder? Bei so einer Ankündigung. Hab ich nicht. Also, Herr Staatsanwalt, wer auf jeden Fall Angst hatte, den Fred Schmid zu verlieren, war doch die Yvonne Küfer. Sagen Sie mal, wie hat denn die auf ihre angeblichen Heiratspläne reagiert? Die ist ja auch ausgeflippt und dann hat sie mir sogar gedroht. Die hat mir gesagt, ich werde doch was rauskriegen. Also, ich werde das bereuen, dass ich ihr Fred weggeschnappt habe. Jetzt sagt sie zum ersten Mal die Wahrheit. Dann fasse ich jetzt mal zusammen. Die Frau Küfer hat ihn also nur wenige Minuten vor der Tat gedroht? Ja, aber wissen Sie, ich habe das nicht ernst genommen. Ich bin ja zurück ins Haus und wollte mal gucken, so was in der Glotze läuft. Aber vorher wollte ich mir in den Keller ein Eis holen. Sind Sie ja von der Terrasse direkt in den Keller. Ja, ich bin von der Terrasse in den Keller, habe ich die Tiefkultur aufgemacht, habe ich mir ein Eis geholt. Und dann plötzlich von hinten hat mir jemand was um den Hals gewickelt und hat mich nach hinten gezogen, versucht mich zu drosseln. Ich habe mich versucht zu befreien, aber das ging ja nicht. Das war so fest. Und dann habe ich mich mit voller Wucht nach vorne gebeugt. Ja, dabei bin ich an der Kante mich gestoßen. Dann war ich weg. Ab wann können Sie sich wieder an was erinnern? Als hat mich Doris an den Beinen gezogen durch ihren Keller. Weil die hat mir so eine Tüte über den Kopf auch getan. Ja, damit der Keller nicht schön voll Blut ist. Alle Spuren verwischen. Diese Tüte, die haben wir ja auch hier. Jetzt wussten Sie ja, dass Sie nicht allein im Haus sind. Haben Sie dann um Hilfe geschrien? Ja, dafür hatte ich auch keine Zeit. Als sie mich an den Beinen zog, dann waren wir gerade auf den Stufen zu der Garage. Das sind ja so drei Stufen. Da bin ich wieder so mit voller Fucht mit dem Kopf geknallt. Ja, da war ich wieder bewusstlos. Ich meine, Sie waren ja letztlich eingewickelt hier in dieser Teppichrolle. In der Garage hat die Angst, hat sie da reingetan. Und dann Teppich mit Opfer, auf gut Deutsch. In den Wagen reingetan, auf den Anhänger besser gesagt, in der Einfahrt stand. Und dann ging es ab in den nächsten Wald. Ins nagellige Waldstück. Und dort sollte dann die vermeintliche Leiche entsorgt werden. Ja, dann bin ich ja in den Teppich. Als hat sie mich von den Anhängern abgeladen, dann bin ich ja erst zu mir gekommen. Ich war nicht im Wald. Oh doch, natürlich warst du im Wald. Du warst mit deinen diese komischen Gummistiefeln mit Kolibri drauf und so. Das habe ich dich sofort erkannt. Ich habe doch so gesehen. Das kann man nicht übersehen. Gerade haben Sie doch noch gesagt, Sie hatten eine Tüte über dem Kopf. Ja klar, aber abladen ist die Tüte ausgerutscht. Und da konnte ich ja genau sehen, die hässlichen Stiefel und auch die Nummer-Schilder von Anhängern. Das habe ich genau gesehen. Ja, aber dann bin ich ja auch ruhig geblieben. Ich konnte ja nichts sagen. Ich habe ja Angst gehabt. Wenn Sie das merkt, dass ich noch lebe, dann kommt sie zurück und macht mich endgültig kalt. Das heißt, Sie haben da still und leise gewartet, bis das Auto mit dem Anhänger weggefahren war? Ja. Und konnten Sie sich dann selbst aus dem Teppich befreien? Ja, ich habe mich da aus dem Teppich befreit. Befreit, weiß ich nicht, 200 Meter weiter zu der Straße bin ich gekrochen. Und dann etwa Viertelstunde habe ich gewartet, bis endlich ein Auto kam. Ja, die nette Ehepaar hat mich ins Krankenhaus gebracht. Ja, dann habe ich die Doris sofort angezeigt. Ja, und Sie, Frau Schmid, wollen wirklich weiter bei Ihrer Linie bleiben. Ich frage Sie nur, Sie wissen ja auch von Ihrem Verteidiger, welche Zeugen da noch kommen. Zwei Zeugen, die gegen Sie hier massiv aussagen werden. Ja, Herr Staatsanwalt, meine Mandantin hat doch noch nicht mal ein Motiv, der doch diesen Heirandsrat-Trags, sofern es ihn überhaupt gegeben hat, gar nicht mal ernst genommen. Im Gegensatz zu dieser Yvonne Küfer, ja. Die war nämlich sehr verliebt, oder nicht? Die war sowas von verliebt, denn Fred. Ich meine, diese Planschkuh, die hat ja so eine komische Tierbilder gestickt, ne. Und noch nicht mal sich die Beine rasiert, ne. Also, die hat ja wirklich alle Register durchgezogen, ne. Wieso? Kennen Sie den Aladin und Wunderlampe? Ne, wieso? Kennen Sie nicht. Ja, persönlich nicht, aber die Märchen werden Sie doch kennen, oder? Ach so, ja, selbstverständlich. Aladin, vielleicht der neue Täter, Herr Staatsanwalt, ich weiß es nicht. Ja, nein, das Walros hat einmal das Fritz-Zimmer auf tausend und ein Nacht gemacht, ne. Rosa-rote Bettwäsche, orientalische Musik, Negligé, ne. Und dann auf Aladin und Jasmin gemacht. Wenn ein Mann das Elend sieht, ne, dann ist sie mit Familienplanung vorbei. Dann fasse ich aber auch nochmal anders zusammen, Herr Staatsanwalt, auch für Sie vor allem. Die Yvonne Küfer war also unsterblich verliebt, wollte diesen Fred Schmid überzeugen, wo es nur geht. Aber sie hatte keine Chance. Die muss ganz schön eifersüchtig gewesen sein, oder? Ja, die war auch eifersüchtig. Einmal sogar im Garten hat sie auf mich einen Stuhl geschmissen, ne. Und das hat die Karin, also das ist eine Freundin von Doris, mit ihr bestimmt ja auch was nicht, ne. Die konnte mich und die Yvonne überhaupt nicht leiden, ne. Also die hat das ja mitgekriegt. Mensch, Fred, du hast das jetzt all die Jahre nicht gesagt. Warum willst du das ausgerechnet heute hier machen? Ach, weil ich einfach nicht mehr kann, Karin. All die Jahre hast du mich bekniet, als ich endlich den Mund aufmache. Du warst sauer auf mich, weil ich meiner Mutter nichts gesagt habe. Und seit Nadja und Yvonne bei uns eingezogen sind, da haben wir beide uns nur noch gezofft, weil du mir nichts mehr geglaubt hast. Ja, jetzt wollen mich wieder damit an. Ich weiß, dass ich überreagiert habe. Ist ja jetzt auch egal, aber ich verstehe nicht, dass jetzt, wo ich den Schritt tun möchte und alles sagen will, dass du dann Rückzieher machst. Warum denn? Ja, weil das heute nicht der richtige Zeitpunkt ist. Karin, der Anwalt meiner Mutter hat gesagt, dass der Staatsanwalt glaubt, dass meine Mutter Nadja ausgenockt hat, weil sie dachte, dass ich Nadja heiraten will. Aber wenn wir alles sagen, dann glauben sie uns vielleicht mit ein bisschen Glück und dann glauben sie meiner Mutter auch ehrlich, dass es diesen Heiratseintritt nie gegeben hat. Ich weiß, dass du dir Sorgen um deine Mutter machst, aber es macht doch keinen Sinn, heute alles zu sagen. Ich meine, deine Mutter wird aus allen Wolken fallen, aber es hilft ihr überhaupt nichts, weil sie damals davon doch auch noch keine Ahnung hatte. Bitte, Fred, heute passt es einfach nicht. Herr Staatsanwalt, Sie haben leider die Falsche hier bei mir sitzen. Spätestens in Freds Schmids Vernehmung wird sich das auch zeigen, dass ich recht behalten werde. Gut, noch Fragen hier an die Frau Petrova. Danke, dann dürfen Sie den Platz nehmen. Fred Schmid, bitte. Die Zeugen bleiben übereitigt. Guten Tag, Herr Schmid. Guten Tag. Nehmen Sie mal bitte den Platz. Sie wissen, dass Sie als Zeuge die Wahrheit sagen müssen, wer etwas Falsches sagt, macht sich störfbar. Ja. Sie heißen Fred Schmid, 34 Jahre alt, Sie wohnen in Büh, Sie sind ledig, Sie sind Friseur im Salon Ihrer Mutter. Und ja, wie angeklagt ist Ihre Mutter, damit haben Sie Zeugnisverweigerungsrecht. Wenn Sie nicht wollen, müssen Sie nicht aussagen. Nö, ich sag aus, meine Mutter kann es nicht gewesen sein. Und was macht Sie da so sicher? Zu der Zeit, als es passiert ist, war meine Mutter in der Küche. Sie hat einen Kuchen gebacken. Und ich war neben meinem Büro und hab gearbeitet. In welchem Zeitraum haben Sie sich da aufgehalten? Es war zwischen halb und viertel nach sieben. Sie sagen, Sie waren im Büro, ich meine, das war ein Sonntag, da war Ihr Salon geschlossen. Kümmern Sie sich zu Hause quasi um die Buchhaltung Ihrer Mutter? Nee, Gott. Also wenn ich Zahlen sehe, dann kriege ich einen zu viel. Ich hab unsere Stammkunden abtelefoniert und hab ihnen vom Angebot der Woche erzählt. Foliensträhnen zum halben Preis. Ja, das belegt auch der Einzelverbindungsnachweis, ne? Ja, und können Sie von Ihrem Büro aus denn Ihre Mutter in der Küche lückenlos sehen? Nein, aber ich hab sie gehört. Ich hab die Metallschüsseln klappern hören. Haben Sie auch was von diesem Streit auf der Terrasse mitbekommen? Oh ja. Die beiden haben sich draußen wieder gestritten wie zwei Furien. Es war echt total laut. Ich hab mein eigenes Wort am Telefon nicht verstanden. Wer hat sich denn da gestritten? Nadja und Yvonne. Haben Sie gehört, worum es in dem Streit ging? Nö. Ich hab das Fenster dann einfach wieder zugemacht. Und hab dann mal rausgeschildt und hab gesehen, dass sich meine Mutter um die zwei gekümmert hat. Und als sie wieder reingekommen ist, war sie auf 180. Woher wussten Sie, dass sie auf 180 war? Weil sie den Teig, den Kuchenteig, auf die Arbeitsplatte geknallt hat wie eine Blöde. Und eigentlich wollte ich mit ihr sprechen. Hab dann gedacht, ich warte noch ein bisschen. War dann circa Viertel nach sieben, dann bin ich in die Küche gegangen. Und da war sie gerade mit dem Obst für den Kuchen beschäftigt. Und hat sich nochmal furchtbar aufgeregt, dass sie anstatt der Himbeer in die Kirschen aufgetaut hat. Und dann hab ich mir gedacht, ich warte dann doch noch ein bisschen länger. Wo haben Sie dann den restlichen Abend verbracht? Ich war in meinem Zimmer im ersten Stock und hab mir eine DVD angeguckt. Kann es sein, dass Sie lügen, um Ihre Mutter zu schützen? Ach, jetzt geht das wieder los. Ich sag's gern nochmal, lügen Sie hier für Ihre Mutter, weil Sie sie schützen wollen, weil Sie genau wissen, dass Ihre Mutter die Tat begangen hat, weil Sie sie vor einer Ehe mit Frau Petrova schützen wollte, bewahren wollte? Es gab keinen Heiratsantrag. Ich heirate doch nicht so ein sechssüchtiges, mannstolles Weib. Herr Schmid, dann hatten Sie also definitiv kein Interesse an der Nadja Petrova. Ist das richtig? Nee, also am Anfang fand ich's noch lustig, aber dann war ich nur noch genervt. Die hat mir bei jeder Gelegenheit ihre Brüste unter die Nase gehalten, hat mich auf eine primitive Art und Weise angebaggert. Das gibt's nur in einem schlechten Film. Und jetzt haben Sie gesagt, er hätte gar keine Chance mehr bei Ihnen gehabt. Das wundert mich schon sehr. Denn wenn Sie wirklich nicht an Herrn Schmid interessiert gewesen wären, dann verstehe ich nicht ganz, warum Sie dann überhaupt auf die Annonce meiner Mandantin geantwortet haben. Und jetzt kommt's. Warum sind Sie denn dann überhaupt ins Haus eingezogen? Ach ja, ich war ja auch durcheinander, weil nach der Trennung mit dem Jürgen, ich hab ja irgendwie Abstand gebraucht. Ja, und dann wusste ich ja auch nicht, wohin. Aber ich hab nachhinein das auch bereut. Das war nichts für mich. Ich habe nie Interesse wirklich an Fred gehabt. Would you love it have you done? Das war's.